Schaukast ist konkrechend. Bitte sing, immer. Okay, oh, und Booming B ist am Start. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Also, ich glaube, wir haben jetzt so halb, oder? Haben wir halb? Ja, ach so. Na gut. Als allererstes darf ich hier was zu trinken anbieten. Dankeschön, ja. Ein Orange. Ich weiß nicht, ob ich da deinen Geschmack treffe. Ja, aber so, bevor du jetzt, weil jetzt muss ich erst was trinken, weil diese Lobpudelei bei dir, die jetzt beginnt, ist etwas länger. Ich habe noch nie zwei Zettel gehabt. Also. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig, das. Also, er ist 1994, seit 1994 DJ, hat bereits in Novi Sad, Barcelona, Amsterdam, Ägypten, Belgrad und natürlich in ganz Deutschland aufgelegt. Er ist Musiker, Dozent für Musikproduktion, Podcaster, Spotify-Playlist-Liebhaber, Hypedit-Schadstürmer, Geliebter von Shake FM und der urbanen Musik genauso bewandert wie in der Hausmusik. Er ist und war in folgenden Musikprojekten aktiv. J.H. und Bollinger, formerly known as Groove Bandits, als Dezibel, als Bollinger, als Drei und Bollinger, formerly known as Funky Dice und Dezibel, sehr geiler Name. Bozi, ganz neu, Basti, M. und Bollinger, Bollinger und Dirty Dance und Westwax UK. Okay. Bester Name. Ja, genau. Gehört das UK zu dem Namen? Ja. Gehört das UK zu dem Namen, das ist auch geil, das ist auch geil. Oh, Jokarinho. Ja, okay. Er ist in dem Team und quasi Mitproduzent bei Kit Vincent seit 2019. Er hat Remixe gemacht für C.Z. Rogers, für Barbara Tucker, für DJ Tonka, David Puentes, Tal Paul oder Tal Paul, Ben Delay, Ante Perry und Cosmo Klein, Sugar Star, Metal Man und Red Man. Ja, da habe ich... Warte. So, und in seinem Podcast sagt er, er möchte keinen Ruhm. Nein. Was will er dann? Das werden wir heute rausfinden. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich wirklich. Ja, Mann. Wie geht's denn so? Mir geht's ganz gut. Da habe ich das kurz mit Metal Man und Red Man. Da waren wir sogar so dreist, haben die beiden Jungs rausgeschnitten. Es ging um einen Remix von Brian Wollinger. Ja. Das lief über Sugar Star und G.O.H. Und in dem Original waren halt so Raps drin von den Jungs. Und es war für uns natürlich, glaube ich, dass wir jetzt hier auf unserem Rechner die Originalspuren von Red Man und Metal Man hatten. Aber zu unserem Remix haben sie leider nicht gepasst. Deswegen haben wir die einfach rausgenommen. Und es war trotzdem ein guter Song. Ein guter Remix. Und ja, aber nicht mal irgendwie so ein Jo, hey. Nichts. Gar nichts. Einfach nicht. Das war halt eine Hausnummer. Und dann, ja, es hat, also, man hätte es machen können, aber es hat da einfach nicht so gepasst. Naja. Krass. Also, ja, also dir geht's gut. Kann ich jetzt machen. Mir geht's erstmal soweit gut. Kann man, ja, kann ich so sagen, ja. Also, trotz allem irgendwie, trotz allem nicht alles geil ist, gerade geht's mir trotzdem gut. Das ist schön. Ja, ich meine, deine Ankündigung, du machst ja auch sehr viel. Du bist ja so ein, nicht nur eben DJ, sondern auch Produzent und so. Und jetzt kommt die Frage der Fragen, wie haben wir uns denn kennengelernt? Als ich das in den anderen Interviews gesehen habe, habe ich die ganze Zeit überlegt. Weißt du's? Also, ich würde behaupten, dass ich dich auf jeden Fall vor den Emanuel Partys, in den letzten Sendungen war es ganz oft immer so, dass Fabian mit den Emanuel Partys uns quasi so zusammengebracht hat. Aber ich würde behaupten, wir haben mal, Matti und ich, hatten mal eine Open Turntables gemacht. Und ich glaube, dass der Kontakt kam über Mike Cromwell. Genau. In Hemingways? Ja, genau. In Hemingways. Und dass du da nämlich dann gespielt hast und dass wir uns so dann kennengelernt haben. Ich glaube auch, vielleicht Kapitol habe ich noch gedacht. Damals, als Kai noch Kapitol war. Also wirklich schon, auch lange her. Ja, aber ich glaube, du hast hier diese, mit Cosmo zusammen, wie hieß das denn nochmal? Funky Silence. Funky Silence. Genau. Da weiß ich, da war ich aber auch schon Fan. Da kannten wir uns aber auch auf jeden Fall schon. Ich glaube, noch nicht so eng. Aber da weiß ich, da kannten wir uns auf jeden Fall schon. Und ja. Das war eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Das war echt eine richtig geile Sache. Leider wurde es vom Publikum ja irgendwie nicht wahrgenommen. Aber das ist ja oft so. Ich glaube, das war auch so ein Projekt, wo auf der Bühne sehr viel Spaß war. Auch wenn dann unten nicht mehr so viel Spaß ankam davon. Aber wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß auch mit Andy noch als Rapper und so. Ich glaube, der Freestyler war damals auch. Oh ja, stimmt. Das war richtig lustig. Also kann ich nicht mehr sagen. Das war auch eine fette Band. Also ich meine, da war ja Schlagzeug auf jeden Fall mit dabei. Das war Sachsefon, nicht auch? Ja genau, Sachsefon war Mark Leimann damals meistens. Oli Biegemann als Schlagaschinnist. Oder Schlagzeuger auch. Und dann Ray, der auch bei Sascha damals noch gespielt hat. Und Pommes, die Lorenzo auch, der bei Sascha damals, glaube ich, gespielt hat. Also es waren unglaubliche Musiker. Und ich so, ich bin so, ich als kleiner DJ so. Die konnten alle irgendwie ohne Ende jamen und musikalisch unfassbar fit. Und ich so mittendrin. Aber gut, ging trotzdem. Ich habe dann auch einfach zwischendurch mal Beats aufgelegt. Und dann so als Übergang und so. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Geil, geil. Weißt du noch, was deine erste Single war, die du dir gekauft hast? Oder deine erste Maxi? Also die erste Maxi-CD, die ich mir gekauft habe, war Pump Up The Jam. Von Technotronic. 94 kann das sein. So ungefähr, ne? Das ist leider immer noch 92. Ne, oder war das noch 9? Ich hatte letztes Mal nachgeguckt. Schreibt das mal in den Chat. Oder war das vielleicht 89? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war auf jeden Fall. Irgendwann so Anfang 90er. Ja, genau. Das weiß ich noch. Also die darf man drauf herzuspielen, ne? Ja, die Nummer. Stimmt, die ist safe. Also da weiß ich noch. Und ich weiß noch, was das für ein Schock für mich war, dass die Sängerin. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Ich glaube, damals hieß es Technotronic Featuring Feli, Pump Up The Jam. Und bei Get Up hieß es schon Ja, Kid K. Technotronic Featuring Ja, Kid K. Und dann hieß es aber, dass Ja, Kid K. auch Pump Up The Jam gemacht hätte. Das war in meinem, ich sag mal, Endpubertären. Das war gar nicht zu verstehen für mich. Ja. Genauso wie Milli Vanilli. Ja. Hallo. Hallo. Wie kann man sowas machen? Betrug. Unglaublich. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Okay, jetzt Pump Up The Jam ist ja schon eine richtige Dancefloor-Nummer. Wie ist es dazu gekommen? War das einfach, weil es damals eine Chartnummer war, die dir dann aufgefallen ist? Oder? Ich glaube, es war einfach so, dass ich die unbedingt laut hören wollte. Weil ich habe damals von meinen Schwestern Musik gehört, die dann auch Platte Musik gehört hatten. Die eine mehr so in die Dance-Richtung, die andere mehr so in die R'n'B-Richtung. Und ich fand beides gut. Und es gab viele, also meine Schwester hatte viele Soulbeat-Platten, das waren so Sampler oder so R'n'B-Sachen drauf waren. Und ich wollte aber was, was knallt irgendwie zu Hause haben. Und das war dann so Technodronic. Das war auf jeden Fall unfassbar, wie das geknallt hat. Auf meiner alten Schneider-Anlage, sag ich mal. Also diese alte Schneider-Kompakt, wo wir wahrscheinlich heute sagen würden, was ist das denn? Aber damals, laut, Musik hören. Ja. Irre. Ja, krass. Du hast das jetzt gerade schon eingesprochen. Das ist eigentlich auch immer meine Frage, wie man denn so sozialisiert wurde. Das waren dann hauptsächlich deine Schwestern, die dafür gesorgt haben, dass du so einen Einblick da bekommen hast. Ja, die haben beide halt interessiert, Musik gehört. Also nicht einfach nur nebenbei schon so. Also die wussten irgendwie die Künstlernamen, die wussten irgendwie, was sie hören wollten und so. Und Musikgeschmäcker waren halt so unterschiedlich. Aber mir hat beides gefallen. Also es gab wirklich wenig, was mir in den 80ern so nicht gefallen hat, sag ich mal. Also was die gehört haben? Oder insgesamt, wenn ich so Radio gehört habe oder so, habe ich auch relativ früh bewusst gehört. Also gut, so Heavy Metal und Rock, das war damals auch im Radio nicht so. Da hatte ich kaum Berührungspunkte. Ja. Aber so, also ich weiß noch genau, also Mike Oldfield. Moonlight Shadow. Genau. Oh Gott. Und wenn ich den gehört habe, dann habe ich irgendwie, das fand ich furchtbar. Ich weiß nicht warum. Und das war doch, damals war das auch WDR 1, glaube ich. Ja, genau. Das lief irgendwie, die hatten eine Sendung, da war das eben über. Dauernd. Ich glaube ein Jahr oder so. Was war das in den Charts? Das waren so Hörerscharts oder so. Ich dachte schon, das war immer. Heading away by the moonlight shadow. Das fand ich nicht schön, würde ich sagen. Ja, stimmt. Oder damals auch für mich gruselig so Meridian. Wenn ich das aber jetzt heute höre, finde ich das ganz okay. Ja, aber da gebe ich dir recht. Bei mir war es ja so, ich habe ja auch eine ältere Schwester, die mich ja auch musikalisch sozialisiert hat. Da gab es ein paar Sachen, die fand ich nicht so geil. Alles, was so rockiger war, war auch nicht so meins. Aber was sie schon auch gehört hat und was ich richtig gut fand, war eben so Joy Division hat mich irgendwie berührt. Also das war irgendwie eine Musik, die ich irgendwie cool fand und alles, was so ein bisschen so in diese Wave-Richtung ging. Das fand ich irgendwie cool. Oder Anne Clark zum Beispiel, das war natürlich auch, weil es sehr elektronisch war vielleicht. Also das Schlagzeug war ja meistens ein Drumcomputer und so und dann hat mich das irgendwie mitgenommen. Also das war auf jeden Fall eine coole Sache und auch jetzt finde ich diese Sachen immer noch gut. Und ich glaube, in Paderbornen hatten wir ja lange Zeit einen Club, das Red House, was ja in so einem Hafenviertel, da haben wir das genau, oder so heißt es halt im Paderborner Umfeld und so. Wer kennt dich nicht? Den berühmten Paderborner Hafen. Und da waren ganz viele Kneipen, also in dem Viertel waren ganz viele Kneipen und letztendlich war auch innerhalb der Woche war da immer ganz viel los. Also da sind immer Leute rumgelaufen und immer von der einen Kneipe in die andere und jeder hatte so seine Stammkneipe und es gab eben das Red House und das war dann eben eine Diskothek da, direkt in diesem Hafenviertel und da lief halt immer auch so Wavesound und dafür war der Laden für mich irgendwie, habe ich ihn so wahrgenommen. Da lief bestimmt auch nochmal andere Sachen und so, aber das wurde später das Cube. Das hat er auch noch nicht schon mal gehört. Genau, da waren ja hier, Booming hat ja da seine Jack Invasion groß gemacht oder da irgendwie da eine Plattform gehabt, wo er die machen konnte. Und ein Shoutout an Booming, der jetzt heute zuschaut und Shoutout für Booming's Abo. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Das redet die Leute. Ja, mach dir. Keine Ahnung. Hängt nix. Was? Ist die Nummer 9 oder da war hier auch? Kein Ahnung. Schiss. In der SPL läuft es. Ja, das ist ja schön. Okay. Okay. Deine Höhle Schessern haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du... Dass ich Bock auf Musik habe und da auch wirklich bewusst Musik höre. Und da war auch dann schon ja eher Musik zum Tanzen für die Disco. Also es war ja jetzt, es hätte ja auch sein können, dass die, wenn die... Ja, das war auf jeden Fall so vom Interesse her so, das hat sich... Also sind die auch wahrscheinlich auch immer in Diskus gegangen. Ja, die waren auf jeden Fall immer unterwegs. Das kann man schon sagen. Die waren sehr viel unterwegs. Okay. Also wenn ich da ganz drüber nachdenke, bin ich da glaube ich eher so reingestolpert. Denn das Interesse für mich war erst nur technisch. Ich hatte erst nur einen Plattenspieler, so. Und damit konnte man eher scratchen als mixen, logisch. Ja. Und dann, ich glaube nach einem Jahr oder so, kam erst der zweite Plattenspieler. Hattest du dir dann direkt so gespart, dass du dann direkt einen Direktangetriebenen kaufen konntest? Oder hattest du einen Riesenangetriebenen? Und zwar mit der Hilfe meines Vaters, mit der direkten Technik. Also ich hatte nichts anderes. Aber ich muss auch sagen, 92, 93 gab es nicht viele Nachbauten, die irgendwie genauso als... Aber ja, also das Interessante ist, als Pock hier in der wunderbaren Jokers-Disco-Küche war, hat er davon erzählt, dass er dann mit Riemenbetriebenen erstmal geübt hat und so. Ja. Und nachher natürlich mit den anderen auch klarkam oder so. Also dann hattest du direkt... Mein Vater hatte einen Riemengetriebenen Grundig-Plattenspieler, da hätte ich nicht dran gedurft. Ja, ja, okay. Das war so das Heiligtum. Ja, ja, das ist natürlich was anderes. Und das war wirklich eher das Technische, das Scratchen, was mich dann interessiert hat erstmal. Aber als ich dann zwei Plattenspieler hatte, klar, auf jeden Fall auch mixen. Ja. Wie hast du denn Scratchen wahrgenommen? Also ich meine, wo hast du das gesehen? Oder warst du dann selber als Jugendlicher in Diskotheken und hast dann DJs gesehen, die gescratcht haben und hast gesagt, das will ich auch lernen? Also das war, glaube ich, so, dass ich... Ich glaube, Herbie Hancock. Ah, Rocket. So. Das war irgendwie eine Nummer, wo ich dachte, was ist das? Also das ist ja total abgefahren. Das habe ich ja so noch nie gehört. Wie geht das? Und so, ne? Und klar, damals, das Medium war VRS, wenn man irgendwas sehen wollte und sich öfter angucken wollte. So. Und dann hatte ich halt so ein One-on-One-VJ-Battle aus Hamburg irgendwie mit schlechten Kameras und also wirklich, ja, minimal ausgeläutet und so, ne? Also um sich da irgendwelche Tricks abzugucken, hätte nicht geklappt. Also da waren keine Close-Ups auf irgendwelchen Händen oder so, ne? Aber man hat halt gehört, was sie gemacht haben. Und daraus habe ich dann versucht, irgendwie die Scratches abzuleiten und habe mir das andere Mal angeguckt, bis das Band gerissen ist. Und ich hatte dann damals aber das Glück, dass mein Freund Stefan Lenz ziemlich frech war, weil er war schon in einer Band als Rapper und er hat gesagt, er kennt einen DJ. Mein Status war aber so. Und so war dann auch tatsächlich mein erster Auftritt. Und ich habe das Erste, was ich jemals gescratcht habe, war... Aber da hattest du dann schon zwei Splattenspieler oder hattest du dann noch einen? Nein, da hattest du noch einen. Da war wirklich nur anfangen, scratchen und ich hatte wirklich nur einen Plattenspieler und ich hatte einen... Du warst also mit einer Hip-Hop-Band auf der Bühne, hattest einen Plattenspieler, einen Mischpult und hast dann ein paar Scratches da reingemacht. Und das war ein Vivanko-Mischpult ohne Crossfader. Ich habe nämlich angefangen mit so einem... Das war von Line auf Phono. Line war rechts, Phono war links. Und ich habe mit rechts gescratcht. Daher kommt halt auch mein Problem, dass ich nur scratchen kann, wenn der Crossfader nach links aufgeht. So, dieses Goofy-Scratchen. So, das habe ich leider nie anders gelernt. War auch zu faul. Also ich war wirklich zu faul, um dann mit der linken Seite so gut zu werden wie mit der rechten. Und ja, das waren die ersten Sachen von Easy-E, die ich gescratcht habe, auch beim ersten auf Fritz. Aber das hat mich natürlich motiviert, besser zu werden. Wenn ich jetzt nur zu Hause gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch besser geworden. Aber so, dass man wusste, man kann auf der Bühne stehen und irgendwie sich verleugnen. Ja, das ist schon ein anderer Schnack dann. Ja, trotzdem wollte ich nicht im Mittelgrund stehen. Also ich war gut aufgehoben neben dem Schlagzeuger, vor mir die ganze Band und so, schön im Hintergrund irgendwie. Und dann kam das mit Mixen und dadurch glaube ich, dass ich dann technisch so viel Bock hatte und auch diese DJ-Bad, dass ich diese kleineren in OBL da gewonnen hatte. Und aber auch Bock auf gute Musik. So, und gute Musik habe ich nie irgendwie über irgendeine Musikrichtung definiert. Und was mich halt gekickt hat, das war für mich gute Musik. Und das war damals Hausmusik und auch R'n'B und Rap. Dein erster Übergang? Also ich kenne die Geschichte, die hast du mir schon mal erzählt, aber die musst du unbedingt erzählen. Mein erster Übergang war bei Mike Cromwell im Bierdorf. Im Bierdorf in Wärl. Und der Mike Cromwell hat da für sich und seine Brüder und alle Kollegen Hip-Hop aufgebaut. Also wirklich so, die haben Hip-Hop gelebt. Also die Cromwells haben Hip-Hop gelebt. Er hat halt wirklich Rap und R'n'B vom Feinsten aufgelegt, da jeden Dienstag im Bierdorf. Und er hat mich dann auflegen lassen und ich habe den Übergang gemacht von Bush-Babys auf Gangster. Den habe ich zu Hause geübt, den Übergang. Also wirklich, den habe ich wirklich geübt und den durfte ich dann live machen. Das ist mir geil. Also das ist ja irgendwie cool. Also ich habe jetzt nicht so, dass die Leute jetzt drauf geachtet hätten, dass ich da jetzt stehe oder sonst irgendwas. Es ist keiner von der Tanzfläche gegangen. Das war für mich die Hauptsache so. Und danach wollte ich dann irgendwie mehr. Aber es ging mir nicht darum, so da zu stehen und die Leute feiern mich oder so. Sondern es ging irgendwie Musik so. Ich wollte irgendwie, ich war ja nur zwei, drei Mal im Club, bevor ich DJ wurde im Club aufgeregt. Aber es hat mir nie gefallen. Wie alt warst du denn bei dem ersten Übergang? Also wann war das dann dieser Moment? Ich glaube 1920. Ah ja, okay. Also andere Leute, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich im Grunde ja, sobald ich raus durfte, war ich immer raus und in Clubs und war immer tanzen. Also bei mir war es letztendlich, glaube ich, eine Sache vom Tanzen. Und dann hatten meine Freunde, hatten halt irgendwie Plattenspieler. Und dann konnte ich da dann immer ein bisschen mitspielen. Okay. So, aber ich hatte halt selber nie welche. Aber ich war halt früher schon in der Schule derjenige, der dann immer für die Musik sorgen musste, die die Kassetten mitgebracht hat. Und irgendwie so. Oder ich habe das gemacht, musste ich ja nicht, aber ich habe das gemacht, weil ich da Bock drauf hatte und so. Und ich bin ja zwar mal sitzen geblieben. Und dadurch war ja das bei mir in der Schule auch schon so. So, und ich habe ja letztens noch eine Kassette gefunden von, ich glaube 91 oder 92 oder 93. Ich war relativ früh, wo ich schon mit meinem Freund Nils bei mir im Zimmer Techno aufgelegt habe. Wir haben von Konrad Elektronik so ein, ja so ein Ding jetzt nicht, so ein Blitzlicht, was die ganze Zeit geklackert hat. Und wir haben dann Techno aufgelegt und Wahnsinn, als ich das noch gesehen habe, irgendwie so mit, boah, Wahnsinn. Wir hatten einfach Bock drauf und waren auch relativ die Einzigen. Also in Soest kannten wir sonst keinen. So zwei, drei Jahre später gab es noch eine andere Szene, die auch total spannend war. Die haben sich mehr so um Techno, also richtig um Techno gekümmert. Die hatten auch einen kleinen Club, New Pinball hieß das. Da war ich dann auch ein, zwei Mal. Aber ansonsten hatte ich keinen Bock auf Club, auf Disco. Da haben wir immer zu viele Menschen. Und die Musik waren wir damals. In Soest gab es Großraumclubs. Ich habe mich gefreut, wenn ein Bassbumpers kamen, sagen wir mal so. Das war der einzige Song, der mir wirklich gefallen hat. The Musics got me. Ansonsten war das alles so. Aber du hast dann ja, sagen wir mal, du bist mit der Band angefangen. Dann hast du mal den ersten Übergang gemacht. Dann hast du wahrscheinlich parallel dann auch mal selber schon Platten gekauft. Wo war dann deine Base? Wo hast du am liebsten Platten gekauft? Oder was war immer so dein Händler, wo du am meisten so warst? Ich glaube, also bevor ich noch den 25-Cent-Store in Nieheim, Ahnsberg, bei mir und ihr gefunden habe, musste ich noch online bestellen. Online, lol. Per Kalim, per Mail-Order, genau. Per Katalog, ja. Hidden Records in Kassel war das, glaube ich. Wenn man sich das heute vorstellt. Da kam der, also so kam das an. Dann hat man sich das angekreuzt, angerufen und gesagt, das und das und das. Und dann nach zwei, drei Wochen kamen die Platten schon. Wenn man sich das heute vorstellt. Und dann bin ich sonst noch zu Channel Jam gefahren, nach Dortmund. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Das hat drei, vier, fünf Male gedauert, bis man da auch die Platten bekommen hat, die man wollte. Ich sage mal, damals waren das so Roulette-Platten. Wenn du als Junge, den keiner kennt, dann kriegst du die Roulette-Platten nicht, weil es sind fünf bestellt. Und der Chef bekommt eine. Und in den anderen Fächern von den Kollegen standen schon die Platten. Und wenn keiner mehr da war, war keiner mehr da. Und dann hat das halt wirklich gedauert, bis sie halt gesehen haben, okay, der lässt auch ein bisschen Geld hier. Der kommt öfter. Dem kann man jetzt auch nur eine Roulette geben. Oder die Nummer, oder dieses Bootleg oder so. Das hat echt gedauert. Das ist sehr interessant. Voll unfair. Ja, total. Und nachher bei 25 Cent und nachher auch Score in Neheim. Super geil. Da hat Silvia Nussecken, also die Frau vom Chef, so kleine Nusseckchen gewonnen. Man hat einen Kaffee bekommen. Es gab kleine Nussecken. Man hat sich dann mit Kollegen getroffen und konnten Platten hören. Vier Plattenspiele oder drei nebeneinander. Und richtig gut. Und dann auch zwischendurch da ein bisschen ausgeholfen. Nie Geld verdient. Alles für Platten. Warst du der beste Kunde? Absolut. Aber das war, ja. Ach schön. Platten kaufen damals. Ich meine, früher, wenn man das über Mailer hat, dann wusste man ja auch nicht, ob die Nummer gut ist oder nicht. Nein, konnte es nicht hören. Kannst du nur hoffen. Aber dann hast du irgendwie gedacht, der und der Künstler könnte dann... Durch MTV manchmal, wenn man dann die Ami-Sachen, so Jumti-Raps zum Beispiel. Hast du denn am Anfang mehr Urban-Sachen geholt? Also mehr Hip-Hop-Sachen gekauft oder mehr Haus oder war das so gleich? Es war... Also bei der einen Bestellung waren dann mehr so R'n'B und Rap-Sampler dabei. Und bei der anderen waren dann mehr Haus-Sachen dabei. Und Channel Jam war wirklich mehr Haus. Ich kam fast nur Haus, wenn mich richtig erinnert. Und bei Heaton gab es, glaube ich, alles. Und Heaton hatte, glaube ich, auch diese guten US-Imports, so Hip-Hop-technisch. Krass. Echt krass. Jetzt bist du ja neben deinem Auflegen auch noch in verschiedenen Bands gewesen. 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 Ich lese jetzt einfach mal vor. Also die Namen sind alleine schon... Die Namen sind schon richtig geil. Victims for Terror Dome. Zeugen des Shogun. Faulance oder V-Lance? Ja, Faulance. Faulance. Ach so, wie Faulance. Richtig. Ja, genau. Schüchtern, finde ich, ist der geilste Bandname oder einer der besten Bandnamen, die ich kenne. Funky Silence. Fiona Pharmacist. How to Loot Brasil. Und was hast du da gemacht? Also bei Venus Flytrap... Genau. Victims for Terror Dome hießen vorher Venus Flytrap. Für Cross-Over mit Rap muss es ein bisschen härter klingen. Also Victims for Terror Dome. Also Fleischschriss in den Fernseher reicht das nicht. Das war vorher so mehr Indie-Projekt. Und als Lenzern dazu kam, als Rapper und nicht mehr als DJ, war es dann mehr so Cross-Over. Das war damals so ein bisschen in. Gab es auch dieses Sampler, Crossing All Over und so. Ja, ja, ja. Anfang der 90er gab es so Linking Park. Auch. Genau. Die kam, glaube ich, ein bisschen später. Gibt auch davon noch eine CD von Anfang der 90er. Das war meine erste CD sozusagen. Und dann da war ich DJ. Bei Faulance auch DJ. Und ein bisschen mitproduziert. Zeugnis Chibun, DJ. Das war Deutschrock-Kombo. Wieder mit Lenz. Der hat dann auch ein bisschen gesungen. Mike T. auch. Mike T. ist fast überall dabei gewesen. Bei Fiona Pharmacist habe ich gesungen. Und bei Houto Büssil auch. Und Schüchter? Da habe ich auch gesungen und Gitarre gespielt. Also ein bisschen so. Schrum, schrum. Ich bin die Gitarre krumm. So ein paar Riffs konnte man da spielen. Auch wieder danke Mike T., der mir ein bisschen Gitarre spielen beigebracht hat. Und mit ihm auf der Bühne zu stehen. Er kann Bass spielen. Er kann Gitarre spielen und so. Ich habe dann immer so ein bisschen begleitend gespielt. Das Schöne war, ich konnte einfach aufhören. Er hat weitergespielt. Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht mehr auf der Bühne stehe als Sänger. Weil ich mit Texte merken war ein Problem. Und ich war immer so aufgeregt. Also das Singen war kein Problem. Aber wenn die Musik aufhört und die Leute gucken mich an. Dann ist ja der Bandarme Schüchtern. Ist ja perfekt dann. Mike T. und ich haben gesagt, wir sind auf die Bühne gegangen. Hallo, wir sind schüchtern. Damit war alles klar. Wir haben einfach nur Musik gespielt und nicht mit den Leuten gesprochen. Einfach ignorieren. Ja. Hoffentlich guckt keiner immer so. Da hat einer gerufen. Oh Gott. Das war so unser, von der WG aus. Das war eine tolle WG. Und wir haben über einer Kneipe gewohnt. Und wir konnten einfach zwei Taschen runter und auftreten. Ach geil. So hat sich das dann auch damals so mit dem ersten Club ergeben, dass wir halt Hip-Hop-Partys gemacht haben. Und bei der dritten sind schon so viele Leute gekommen, dass wir in einen anderen Club mussten. So hat sich das irgendwie entwickelt. Krass. Und dann hast du durch die Bands auch selber Songs produziert oder geschrieben? Oder wie ist das so passiert? Weil, also du bist ja, das nächste Kapitel über dich ist ja meiner Meinung nach, dass die ganzen Releases und du bist ja jetzt wirklich als Produzent genauso bekannt oder berühmt wie quasi als DJ. Also die Produktionen waren da noch gar nicht. Also bei V-Lens habe ich ein bisschen mitproduziert, aber ich saß eher dabei. So wenn ich mal eine Idee hatte, habe ich die genannt. Aber Lens war der Mastermind, hat irgendwie alle Geräte bedient. Produzieren habe ich dann während der Zeit von Fiona Pharmacists dann in der ersten WG mit angefangen, so mit so einem Riesenprogramm, wie wir dann so versucht haben. Ah ja, das haben wir auch ausprobiert. So, ne? Und damit hat das angefangen. Und dann habe ich irgendwie mehr und mehr Lust dazu bekommen. Und dann, ich glaube, also wenn man das so, so Disco, was, was mir dann wirklich, vielleicht nach Golma war, Groove Band jetzt mit J.H. und mit Jörg, mit dem ich zusammen auch aufgelegt habe im Café Europa, da haben wir ja auch erstmal so Bootlegs gemacht. Auch als Vinyl, dann rausgehauen einfach, ne? Ging ja damals noch. Man musste ja nur die Presswecknummer rauslöten, damit keiner weiß, woher die kommt. Ach, krass. Ja, und so hat das dann angefangen, dass ich immer mehr Lust hatte, so Musik zu machen. Und Musik im Sinne von Musik, die mir gefällt. Und dann hast du also von dem eigentlichen, also Reason ist ja eigentlich nur ein reines Softwareprogramm. Ich hatte das damals auf dem PC laufen. Ja. War das bei dir auch so? War bei mir auch so. Ah ja, okay. Dann hast du dein Equipment immer erweitert und hast du, okay, jetzt hol ich hier mir mal ein Mikro oder hier ein Keyboard oder war das immer quasi der, also hast du auch noch viele Musikinstrumente oder eher alles so rechnerorientiert? Es ist bei mir wirklich alles rechnerorientiert. Ich kann nicht spielen. Ich kann kein Keyboard spielen oder so, ne? Wie gesagt, ich kann ein paar Gitarrenriffs, aber die helfen mir bei meiner Produktion nur auch nicht, ne? Ja. Das ist wirklich alles. Ich habe ein MIDI-Keyboard und das reicht mir schon. Ah ja, okay. Jannik, hallo Jannik. Schöne Grüße. Das musst du immer eben kurz machen. Ach so. Aus dem blauen Dunst draußen hat er gesagt, ne? Ja, ja. Hoffentlich ist er noch da. Im Vorgespräch, also ich habe dich gefragt, wie viele Releases hattest du denn bisher? Und du hast mir geschrieben, ja, mehr als 80. Ja. Davon wahrscheinlich 50 irgendwie Remixe oder so. Wie, weißt du noch deinen ersten Release, den du quasi, also was war die erste Nummer? Also wie gesagt, das ist jetzt, also die allererste CD kam halt so 1992 mit Victims for Terridor. Ah ja, okay. Das war so eine EP. 5.9.5.1.0. Aber okay, anders gefragt. Die du produziert hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Ding. Also das war wirklich so ein Bowlinger, war das dann mit J.H.? Muss, muss gewesen sein, mit Groove Bandits. Ah ja, okay. Und da haben wir halt, ich glaube, drei, vier Bootlegs gemacht und dann aber auch offizielle Nummern, oh Gott, da war gar nicht, wer sich quälen möchte, hört sich gerne mal Groove Bandits Singalooja an. Das war so die Elektrozeit. Singalooja, ja, Dr. Alban oder was? Original, ja. Also richtig mit Label und so, ne? Über Gino Montesano, ich glaube ein Teil von Aqua Gen. Ja, und kann man, also ist es halt auch Geschmackssache. Wir haben es damals gefeiert, ne? Und heute würde ich wahrscheinlich eher den Brockmann Remix spielen, denn er hat so einen horny Orgel Remix gemacht, so. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich den spielen. Aber das war aber dann alles nur das Erste, wenn man das so... Wann war das ungefähr? 2003. Oh, bist du ja schon lange im Produktionsbusiness. Ja. Cool. Ich habe das ja auch mal eine Zeit lang so ein bisschen gemacht, damals mit Atari ST und mit Cubase und irgendwie mit Keyboards und hier einen Sampler noch dabei gekauft und so. Also ich hatte viel Equipment, also für so einen Noob, der ich eben war. Also ich habe es ja nie so gelernt oder so. Und bildest du dich da noch irgendwie fort? Also hast du noch irgendwie so Produktionsworkshops bei dem und dem oder hast du das Gefühl, dass du manchmal Sachen hörst und denkst, Alter, wie kriegen die das nur hin? Also das habe ich schon manchmal. Und dann denke ich mir, ach, da gibt es wen für. Also ich bin wirklich, was das angeht, ich liebe es, Loops übereinander zu schieben, Audio-Samples irgendwie zu schneiden und dann irgendwie Sachen zu machen. Aber was ich, also wo ich wirklich auch keinen Bock drauf habe und was ich nicht gut kann, ist mischen und mastern. Und da gibt es aber viele andere Kollegen, die das super können. Also könnt ihr jetzt ein paar nennen, also J.H., Oliver Behrens und also wirklich tausend Leute, die das wirklich sehr gut können. Fett und also wirklich viele Leute. Und dann gebe ich das lieber ab, weil ich mir dann denke, die können das viel besser. Und bevor ich mich jetzt dann auch reinfuchse, so ich mache das, was ich gut kann. Wie läuft das dann? Gibst du denen dann einzelne Spuren und die machen wirklich jeden einzelnen Kanal oder wie ist das so? Das kommt immer drauf an. Also manchmal kann man so einen kompletten Mix abgeben, also jede einzelne Spur. Dann gibt es ja auch so ein Stamp Mastering. Da werden dann verschiedene Spuren, so zum Beispiel Drums, alle auf eine Spur. Vocals, alles auf eine Spur. Dann hat er dann im Endeffekt vier, fünf Spuren. Dann nimmt man das Stamp Mastering. Es gibt dann allerdings auch dieses normale Mastering, wo man halt einen Track abgibt. Der wird dann gemastert. Bei meinen Mixkünsten würde ich das nicht empfehlen. Ich kann dir auch Stamps schicken. So ein paar mehr Spuren. Das kann ich einfach nicht gut, aber ich weiß es halt. Du hast ja jetzt, ich habe ein paar Labels, hast du mir auch genannt. Überclub zum Beispiel, Milk and Sugar, Kidball, Mother Recordings, Nervous Records, King Street Records, Night Grooves, Moon Boutique, PP Music, Replay, Tonspiel, Safe Music, Erase und so weiter. Warum muss man als Künstler auf so vielen verschiedenen Labels releasen? Ich weiß gar nicht, ob man muss, aber ich weiß nicht, ob es heute noch so Labels gibt, die dann einen Künstler halten. Also außer jetzt vielleicht, obwohl Musti released ja sicherlich auch auf anderen Labels als Peppelin Jam jetzt nur. Also ich glaube einfach. Also das liegt jetzt nicht daran, dass jedes Label einen anderen Sound und Style hat. Das kommt natürlich auch dazu. Das kommt noch ein bisschen dazu. Aber es könnte durchaus sein, dass eine Bowlinger Nummer auf dem Label kommt, genauso wie eine Bowlinger Nummer auf dem Label kommt. Auf jeden Fall, genau. Ah, okay. Ich habe ja ein, zwei Jahre viele Remixe gemacht für Music Junkie. Das war so ein super Label, so ein super Haus-Label von Roland Barter. Da ist dann auch der Tonka-Remix zum Beispiel entstanden, da auch Tall Paul-Remix, weil es einfach haustechnisch perfekt zu mir passte. Aber klar, Kidball ist jetzt, die machen auch verschiedene Sachen, aber die würde ich jetzt eher so in die, ja, techigere. Also jetzt nicht Tech-House, wie man es jetzt heute kennt. Wenn man heute bei Beatport Tech-House wird, sind dann meistens irgendwelche Hip-Hop-Samples, die dann auf so Fischer gemacht werden. Aber die sind halt, also ich kann schon sagen, cooleren Bereich. Und Milk and Sugar machen Haus. Die machen von Anfang an Haus, die machen immer noch Haus. Super. Die haben auch immer die State-of-the-Art-Artists, so, also jetzt Broken Ears und wie die aktuellen alle heißen. Ja, Mother Recordings macht auch Haus. Das ist ein bisschen deeper als so Milk and Sugar, aber Mother Recordings, der Chef hat ja dann noch ein zweites Label, Super Fat Recordings. Und da wird es dann ein bisschen techiger, so hat er selbst halt dann so. Und wenn man halt auf dem Label möchte, sollte man sich schon einsuchen, wo es musikalisch passt. Du hast ja auch verschiedene Produktionsnamen oder eben auch Kombinationen oder so. Die stehen ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen für ein bisschen andere Richtungen, so, die du dann mal machst, oder? Ein bisschen schon, ja. Also so irgendwie mit dem einen kannst du dann vielleicht eher... Ja, also mit Powell zum Beispiel, also Brian Bollinger, da sind wir, also wir sagen immer, wir machen Haus, so, weil wir diese Schubladen selbst gar nicht beschreiben können. Ja. Aber da kann es schon mal ein bisschen härter, in Anführungszeichen, werden. Also wir werden kein Techno machen, aber da kann es halt schon mal so ein bisschen härter werden. Und bei Bollinger bin ich eigentlich, da mache ich, was ich will und meistens wird es dann sehr funky. So, ne? Also das ist so, wenn ich dann irgendwie... Es gibt ja jetzt auch ein neues Projekt, High Five. Ja. Von Mark Knaub und Dance. Ja. Und möglicherweise werde ich für einen der Releases, die wir kommen, einen Remix machen. Ah. Da hat es sich dann auch wieder so entwickelt, dass es sehr funky wurde. So, und ja. Ach geil. Das ist halt so. Ja, die sind ja richtig fleißig. Die haben ja, ich glaube, Mark hat gestern noch irgendwo geschrieben, dass er jetzt jeden Freitag sich mit Dance trifft. Ja, auch schon länger. Genau. Und die sind wirklich seit mehreren Monaten jetzt dann immer fleißig am Produzieren. Und hast du auch so feste Studiozeiten für dich? Also weißt du immer genau, dass man sich so... Also oder musst du dich selbst motivieren, um ins Studio zu gehen? Oder passiert das automatisch? Also in der Zeit jetzt seit letztem März ungefähr hatte ich ganz oft Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Ja. So irgendwie, um zu sagen, boah, jetzt mache ich mal irgendwas ganz Neues oder sonst irgendwie. Ja. Und wenn dann auch keine Remix-Aufträge kommen, dann habe ich dann ein paar Edits gemacht. Ja. Zum Beispiel, ne? Da habe ich dann Bock drauf, weil das auch relativ schnell geht, ne? Und seitdem ich aber jetzt noch in der Woche ein bisschen arbeite... Total verrückt. Habe ich total Bock bekommen. Ja. Es ist wirklich so, dass ich mir dann Sachen aufschreibe und dass ich meiner Frau sage, ich muss jetzt heute ins Studio, weil ich muss jetzt noch diese Remix machen, dann das Release fertig machen. Dann habe ich noch diese Nummer angefangen, diese Nummer. Dass ich jetzt drei Tage in der Woche was anderes mache, hat mir total geholfen, in meinem Hauptjob irgendwie wieder ein bisschen kreativ zu werden. Ja, cool. Das ist total abgefallen. Hätte ich selbst nicht für Möglichkeiten. Super geil. Und deswegen möchte ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr geben. Ja. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich meine Social-Media-Kanäle so ein bisschen runtergefahren habe. Ja, das hast du in deinem Podcast erzählt. Das finde ich ganz interessant. Also ich habe es ein bisschen so aufgenommen, wie die Aufmerksamkeit, die man eben diesem Medium schenkt, ist frei geworden und man hat wieder selber ein bisschen mehr Luft zum Atmen und kann das dann vielleicht auch wieder in andere Kanäle dann pumpen, ne? Genau. Ja, super. Und das war dieser Dezibel-Bowling-Account bei Instagram. Den habe ich jetzt erstmal deaktiviert, weil auch gerade für mich, wenn ich diese Trennung schon mache, zwischen Bowlinger und Dezibel, dann muss ich auch Konsequenz an den Dezibel legt es halt im März nicht mehr auf. Ich habe in der Pandemie nur Bowlinger-Sets gespielt, im ganzen Sinne, ne? Und hast du so Jack-Land-Hype, ne? Ja, ja, ja. Ein bisschen, ne? Nicht, dass der Dezibel dich mal irgendwann in der Nacht so, ne? Dann lieber andersrum. Ups. 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 Ich will das jetzt mal. Okay. Du musst jetzt schon auflegen eigentlich, schon seit fünf Minuten. Nein, 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 nein. Naja, aber ich habe noch ganz zwei dran. Ist noch einer da? Zwei witzige Fragen. Ja, bestimmt. Seid ihr noch alle da? Milken-Sugar-Hände hoch. Sehe ich hier. Booming Bee. Absolut. Ach, ne. Ne, der rauft sich die Haare. Okay. Der rauft sich ja noch nie die Haare. Ja, ja, ja. Genau. Wenn du einen Track erarbeitest, das möchte ich gerne wissen, also jetzt einen eigenen, hast du eine bestimmte Vorgehensweise, wie du das machst? Also hast du erst irgendwie, arbeitest du als erstes immer an dem Drum-Groove und oder hast du irgendwie ein Sample im Kopf oder so? Gibt es irgendwie so eine Sache, wie du immer einen Track anfängst? Also es gibt aber genau die beiden Sachen. Also entweder habe ich schon irgendwie so ein Sample im Kopf oder ich gehe so durch meine Sample-Bänke, die sehr mannigfaltig sind. Oder ich habe Bock auf Drums. Also Bock darauf irgendwie einen Groove, einen Hausgroove. Ich meine, hallo, niemand wird das Rad neu erfinden. Es wird immer irgendwie schon mal irgendwie da gewesen sein. Aber dann sitze ich einfach da und habe dann im Kopf so einen Groove und den versuche ich dann umzusetzen. Und wenn der Groove schon gut passt, dann passt alles andere auch. Und ich mache dann meistens auch schon so, wenn ich die Drums habe und so ein Sample, da mache ich schon mal das Arrangement, weil sich darüber dann andere Sachen entwickeln. Ich kann nicht so, es gibt auch welche, die machen dann so ein paar Takte Loop und machen dann den kompletten Song darauf, auf diesen Loop, also so wie auch viele mit Ayrton arbeiten. Und ganz am Ende ist das Arrangement, das kann ich nicht. Ich mache dann schon relativ früh das Arrangement, um dann auch so mal zu gucken, was ich da noch einbauen kann und was da noch irgendwie vielleicht sinnvoll erscheint, für mich persönlich, für meinen Geschmack. Ja, ja, ja. Mehr kann ich ja eh nicht. Wohl, dann gibt es für dich irgendwie einen Traum, einen Wunschpartner, mit dem du mal eine Colabo machen möchtest, um einen Song zu machen? Außer die, mit denen ich schon gemacht habe. Ja, ja, natürlich. Die natürlich als erstes. Also, ne? Ja, ja, natürlich. Paul. Ja, ja, ja. Und die sind alle total toll. Aber wenn man jetzt so sich wünschen könnte, man macht mit, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, damit ich dir nicht vorgreife. Paul Disco Machine. Das ist für mich einfach immer noch so ein, ne, also was der schon alles produziert hat und wir haben ja schon ein wenig von ihm bekommen damals als Giant Bowlinger und wir haben ihn auch kennenlernen dürfen. So ein entspannter Typ und ich gönne ihm diesen Hit jetzt gerade, dieses Hypnotize. Das gönne ich ihm so sehr und der soll einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und ich finde, der hat auch eine sehr gute Herangehensweise. Also es erinnert ganz oft an so Disco Sounds aus den 70ern und so, ne? Und irgendwie man hat immer das Gefühl, so der greift, eigentlich greift er nur die Sachen auf, die schon mal da waren, aber verpackt sie eben so charmant, dass es dann irgendwie geil ist. Und vor allem, es ist so eine gerade Linie. Ich kenne die Musik jetzt von ihm auch schon seit sechs, sieben Jahren und so, ist das einfach, man hört so, er liebt diese Musik, entwickelt sich auch weiter innerhalb dieser Musik, ne? Ja, ja. Aber er sucht jetzt nicht irgendwie, was ist jetzt gerade Hittig, was ist der, was muss ich jetzt? Er macht einfach und hat dadurch halt schon, auch vor Hypnotize hat er schon Remixe gemacht für alle, ne? Für Tomorrow Cry, für Dinges und so, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Also einfach nur Wahnsinn. Also ja, wenn dann. Okay. Ja, ja. Okay. Dann noch, eigentlich kommen wir jetzt schon fast zum Schluss, was auch ganz gut ist, weil du musst es ja noch auflegen, ne? Ich darf es noch, darf es noch auflegen, ja? Was ist denn mal so Lustiges auf einer Party passiert? Es fällt dir irgendeine Sache ein, wo du sagst, Alter, das war unvergessen, weil Katastrophe oder weil auch immer. Katastrophe habe ich auch schon erlebt. Stinkbogen, Mindelclub und so. Echt? Ja, aber, auf Gott, das will ich. Das ist immer, es kommt immer noch an, für wen es lustig ist. Es gibt ja dann auch immer so ein bisschen, ne? Also ich erzähle gerne die Geschichte, dass wir mal den Kaffee-Europa, und Kaffee-Europa steht halt für Club-Sounds, für, also bitte nicht jetzt irgendwie Underground, oder sonst war es booming, entspanne ich. Also Club-Sounds im Sinne von kommerziell, Haus, Club und so, ne? Gute, gute, kommerzielle Club-Musik. Und die Leute wissen, was da läuft. Und dann kam halt mal jemand, der war relativ jung und schüchtern und hat dann Jörg, mein Kollegen, gefragt, sag mal, spielt sie auch Backstreet Boys? So, und da gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten da, als anwunden. Jörg hat von seiner CD mal berufung und hat gesagt, hau ab. In diesem Moment musste ich total lachen, obwohl es natürlich, also er hätte natürlich auch anders reagieren können, aber ich konnte nicht mehr, weil es so trocken war. Ja, mit Jörg, ja, der hat dann auch, Jörg hat dann zum Beispiel die Nedelmaschine umgedreht, dass der ganze, das ganze DJ-Pult war vernebelt und hat dann währenddessen mir die Nadel umgedreht. Ich, weißt du, ich habe dann die Nadel auf die Platte gelegt und er hat sich gefreut und ich wusste nicht, ich sehe nichts, ich, so was halt. Ja, auch schön. Eigentlich wollte ich mit dir jetzt auch noch die aktuellen Single-Charts und Album-Charts durchgehen, aber das lassen wir jetzt, weil... Bei Thor, die Götter sind uns gnädig. Unfassbar. Ja. Also ich kenne davon fast nichts. Okay, ACDC, Eminem, sind aber auf dem Album-Charts, ne? Barry Gibbs. Barry Gibbs and Friends, ja, ja. Nice. Na, okay, also das sparen wir uns vielleicht für eine nächste Sendung. Es hat mir total Spaß gemacht und wir könnten bestimmt auch ganz, ganz, ganz viel mehr quatschen. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf dein Set. Was dürfen wir denn erwarten? Viele alte Scheiben. Ich habe ein paar Venü-Scheiben mitgebracht. Ihr könnt ein paar holprige Übergänge erwarten, ein bisschen knistern. Und ja, ich habe einfach ein paar Platten rausgesucht, die mir gut gefallen. Und die möglicherweise nicht bei Shazam oder Spotify zu finden sind, weil das ist dann so ein bisschen, ein bisschen Mehrwert vielleicht für den einen oder anderen. So, also wir gehen rüber. Wir dauern einen Augenblick. Und dann gibt es jetzt gleich die schöne Musik von Oliga. Puh, out. Out.